Wie fandest du den Abend? Ich fand den traumhaft, meine Freunde. Schnell, da hast du abgelissen. Schnell, green, green. Ich muss sagen, dass ich aber nur pur rauch. Echt pur. Muss bezahlt werden, gute Models. Was habe ich hier? Tee. Das ist Tee, meine Freunde. Seht ihr das? Das sind richtige grüne Teeblätter. Und das gibt mir jetzt Energie für den Auftritt. Auf euch. Auf grünem Tee. Massenkreis, Städte, alle im Stadion. Erweckt mein Traum zum... Hallo! Sechzehn! Ach so, sechzehn heisst. Sechzehn! Ja, 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 ja. Ist zwei Stunden später. Und, wie war deine Show? Das ist toll. Brrrr! Dankeschön! Fisch auf den Greenhouse! Arena. Das ist so schön. 22. Kommt. 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 Zwei Kämpfer. Zwei Offiziere auf dem... Malaria! Tschüss! Ach, aus Brot! Wunders. Jeder hört. Ready to go. Vegetation. Weltbestoflo. V-Penion. Happy, der Bro. Längst ein Idol. Mutter Erde. That's all, folks! Ein wunderschöner Engelsied ist Chili am Bett. Und sie widmet alles gerade auf einem Silbertablett. Wort voll okay. Den Unterstreiß geht gar nix. Ganz scheiße auch nur Tee. Super Lemon Hase. Ultra sexy, damit dreht den Unterwäsche gerade. Die pure Tüte zu. Ihre Zunge leckt vor Papen. Die Dubis brennen wie Gase. Die Wunderwelt kann starten. Die Flunte weht fahren. Rund um Nebelschwaden. Mein Baby bau mir ein. Ich sag zu diesem Traut nicht nein. Seeliche Hände zaubern gleich. Und wir fühlen Geborgenheit. Und wir liegen unterm Baum zu zweit. Meine Optik. Optik ist verklatscht. Mein Dopp ist viel zu krass. Direkt aus Gartenbienen. Von Gott direkt verpasst. Die Ordnung liegt im Grünen. Ich trockne meine Blüten. Ich roll mir meine Tüten. Wir sind süß. Mit süßem Cannabis. Danke, dass ihr euer hart verdientes Geld ausgesehen habt. Ja. Ich wollte deine Hose raufziehen. Das kann sie nicht sein. Das ist ganz wichtig vor der Show nochmal an seinen Arsch rum zu pulen. Dein Tag, weil ich für dein Türchen den Schlüssel hab. Deine Mama ist jetzt dran und ich munzele. Ich sie bestellt ne große Waffe mit zwei Kugeln. Wenn ich hier wirklich ein Eis servier. Ich bin dein Eismann. Du weißt, was das heißt. Als wir beide im Einklang haben Süßes dabei. Girl. Du bist so heiß. Hab ne große Waffe und zwei Kugeln aus Eis. Und sie schlägt. Und sie schlägt. Und sie schlägt. Damn, Mama ist und du checkst und du checkst und du checkst. Wer her schneidet Sensei rein? Die Junge ist frei und sie schlägt und sie schlägt, ihre Zunge ist...